Ja, also eigentlich der ganz normale Showdown, der Bösewicht ist gut zu erkennen und der Gute, der leider ein bisschen albern aussieht, auch. Merkwürdigerweise gewinnt der Gute, obwohl er von der Anlage der Szene her gar keine Chance hat. Und dass er aber ein guter Film ist, ein ernsthafter Film ist, kann das so nicht sein. Und was wir also nicht gesehen haben, was erst zum Ende des Films erklärt wird und dann nochmal in der Rückblende gezeigt wird, Liberty Valance ist nicht von James Stewart erschossen worden, sondern aus einer Seitenstraße hat ihn John Wayne erschossen. Und Jimmy Stewart macht aufgrund des Sachverhalts, dass alle Welt von ihm jetzt spricht als der Mann, der Liberty Valance erschoss, macht eine großartige politische Karriere und diese Karriere beruht eben auf der Lüge. Er hat ihn gar nicht erschossen und John Wayne sagt in dem Gespräch, als er das, Jimmy Stewart erklärt, wie es in Wirklichkeit war, denn Jimmy Stewart leidet sehr darunter, dass er nun, obwohl er ein Gesetzesmann ist, ein Rechtsanwalt ist, das jemanden umgebracht hat. Er sagt zu Jimmy Stewart, es war klarer Mord, aber ich kann gut damit leben und du solltest auch gut damit leben können. Und das ist das Kuriose und das Ungewöhnliche, dass hier nicht unbedingt der Konflikt in der schönen Weise gelöst wird, dass der Gute gewinnt und der Böse stirbt, sondern dass das Mittel dazu eben ein, man kann es nicht anders sagen, wirklich ein Mord war. Und nicht nur, dass John Wayne also ein Mörder ist, was ein Held ja eigentlich nicht sein darf, sondern dass ein richtiger A-Regisseur wie John Ford das nicht geißelt, sondern das einfach hinstellt und damit die Aussage trifft, unter bestimmten Bedingungen, kann das Gute, der Gute gegen den Bösen sich durchsetzen, mit äußerst problematischen Mitteln. Das ist die Szene, sozusagen, das ist die Geschichte, die der ganze Film erzählt. Und das gibt natürlich vieles zu denken. Nun ist ja der Gute nicht einfach nur der Gute, sondern wie Sie sagten, der verkörpert das Gesetz. Und der Böse verkörpert ja das Nicht-Gesetz. Also das ist ja so ein klassischer Western-Konflikt, das Gesetz gegen Wildnis, Zivilisation gegen Wildnis. Und welche Rolle spielt dann John Wayne? Ja, der Bösewicht heißt ja Liberty Valence. Das ist nicht ironisch gemeint, sondern er ist die Verkörperung der Freiheit. Also das ist schon ganz klar. Und der Trick bei dem Film, das ist einer meiner Lieblingswestern, der Witz bei dem Film ist, dass die Freiheit in zweierlei Formen auftritt. Nämlich in der Gestalt des Bösen Liberty Valence und in der Gestalt des guten John Wayne. Das sind eigentlich Brüder im Geiste. Beide stehen für das freie Land, für die Wildnis. Und sie sind beide gegen die Zivilisation, gegen den Garten sozusagen. Die beiden sind sich, Wayne und der Lee Marvin sind sich näher als Wayne und Jimmy Stewart. Ich glaube ja, dass der Valence der schwule Bruder von John Wayne ist. Von den Namen würde man das denken. Auch von der Kleidung. Das sei jetzt so auszunehmen. Ja, da war ein bisschen, das steht ein bisschen tuntig angezogen. Also ich würde sagen, das ist so mehr mit der Metapher der Medaille mit den zwei Seiten zu sehen. Sie sind aus demselben Holz. Also John Wayne ist der gute Freiheitsliebende und Liberty Valence ist der böse Freiheitsliebende. Ja, aber eben auch, das kann man nicht so einfach trennen, weil er begeht einen Mord. Also ich meine, das ist eine klare Sache, das darf nicht sein, das geht nicht. Das ist keine Notwehr oder irgendwas. Die ganze Beziehung zwischen Jimmy Stewart und John Wayne ist auch so, die beide lieben dieselbe Frau. Also das sind diese Konkurrenten. Wayne und Stewart. Ja, und Wayne macht sich die ganze Zeit über Jimmy Stewart lustig und spricht ihn immer nur als Herr Rechtsanwalt an. Ja, ja, Herr Rechtsanwalt. Sie mit Ihrem Buchwissen, da können Sie vielleicht im Osten mit reüssieren, aber hier im Westen gelten andere Gesetze. Es gibt mehrere Szenen, in denen Liberty Valence und John Wayne absolut identische Sätze sagen. Und das heißt, sie sind wirklich sehr eng beieinander. Und was ist denn das Motiv von John Wayne denn trotzdem, dem Rechtsanwalt, mit dem er ja eigentlich eher einen Konflikt hat, zu retten und Liberty Valence, mit dem er seelenverwandt ist, wie Sie sagten, zu erschießen? Der Film erklärt die Sache so, dass nämlich das Mädchen, die Frau, die beide lieben, John Wayne bittet, dem Jimmy Stewart zu helfen, weil er ja keine Chance hat. Das ist ja eigentlich eine Exekution, die da stattfinden würde. So wird es in dem Film erklärt, aber wenn man das nicht so richtig glauben hat, dass es nur so, weil es im Drehbuch so steht, dann können wir natürlich so etwas tiefer psychologisch umgeründeln und kulturtheoretisch. Also in der Spieltheorie gibt es ja für Konflikte ein berühmtes Beispiel, das Chicken Game, wo sich zwei Autos aufeinander zu rasen und die haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder einer weicht aus oder beide weichen aus und der, der ausweicht, ist das Hühnchen und der Feigling. Und wenn keiner ausweicht, dann sind beide tot. Und es sind alles nicht so gute Optionen. Und zu solchen Shows, da sind es ja in Western offen und sowas hier jetzt hier nicht. Das ist ja irgendwie nicht typisch Western, dass da einer von hinten erschossen wird. Das ist überhaupt nicht heldenhaft. Nee, aber das wissen wir ja noch nicht. Also eigentlich ist die Szene auch ein Chicken Game, weil Jimmy Stewart weiß, dass er keine Chance hat. Und er weiß auch, dass er, eigentlich hat er, bevor er schon auf die Straße geht mit dem Revolver in der Hand, weiß er, dass er aus doppeltem Grund zum Tode verurteilt ist. Erstens, weil er objektiv keine Chance hat gegen den Revolverhelden. Und zweitens, weil er alles, alle seine Werte, für die er eingestanden ist bisher, damit verleugnet. Und das würde normalerweise bedeuten, also er hat den Tod verdient. Ja, ich würde gerne nochmal auf diesen Freiheitsaspekt kommen. Sie sagten ja, Liberty Valance und John Wayne sind beide die Verkörperung eher der Freiheitsidee. Und Jimmy Stewart verkörpert das Gesetz. Das würde ja heißen, dass Freiheit Gesetzlosigkeit ist, beziehungsweise das Gesetz keine Freiheit ist. Ja, unter bestimmten Bedingungen. Die Geschichte spielt so ungefähr 1870, also nach dem Bürgerkrieg. Und sie spielt in einer Gegend, die ein Territory ist, noch kein amerikanischer Bundesstaat. Und das ist nicht alles nur so ausgedacht, das ist historisch einigermaßen korrekt. Das war halt die Zeit der Landnahme, wo dann die großen Rancher einfach eben das Land genommen haben und hatten da ihr Viehzeug erlaufen. Und dann kamen irgendwann die Farmer und waren zwar juristisch berechtigt, sich da irgend so ein Stückchen abzuzäumen und da ihr Zeug, was auch immer, anzubauen. Aber das haben die Rancher sich natürlich nicht gefallen lassen, das kennen sie aus vielen Westernen. Und da gab es also dann diese ewigen Kämpfe zwischen Ranchern und Farmern. Und ja, da gab es dann eben in so einem Café wie hier Schimbo und da gab es vielleicht einen Sheriff, aber der wurde gewählt. Das heißt, der war auf seinen Wählern, da abhängig von seinen Wählern. Und ein Rechtsstaat in irgendeinem Sinne, wie wir das kennen, das gab es im Territory damals auf keinen Fall. Das heißt, man konnte sich eigentlich nur entscheiden, ob man mit der Waffe, mit Gewalt, sein Recht oder was man für sein Recht hält, durchsetzt. Oder ob man das Gesetzbuch in der Hand hält und sich erschießen lässt. Also das war die Alternative. Es sind immer zwei Möglichkeiten. Ja, ja, es sind schon zwei Möglichkeiten. Nur, also, wir sind ja alle sehr rechtstreu und wir sind natürlich gegen Gewalt. Aber wenn das bedeutet, eben tot gemacht zu werden, dann ist das doch etwas prekär. Aber dann kann man ja nicht sagen, dass die beiden, die jetzt nicht auf der Seite des Gesetzes standen, eher die Freiheit verkörpern. Weil das scheinen mir doch viel repressiver. Die haben doch Angst zu sterben gehabt. Glaube ich. Aber Angst ist ja auch nicht so toll. Finde ich Angst, finde ich viel toll. Also der Gedanke ist doch wohl, wenn es kein Recht und Gesetz gibt und keinen funktionierenden Rechtsstaat, dann kannst du entweder den guten König haben oder den schlechten König, den Diktator, den Tyrannen. Und in diesem Film ist Liberty Valens der Diktator der böse König und John Wayne ist der gute König. Ich finde den Film auch deswegen so interessant, eigentlich bis heute, und jetzt nicht nur als Filmwunder, sondern irgendwie gesagt, gibt auch in unterhaltsamer Form, wie Sie das genauso wollen, Gelegenheit zum Nachdenken. In der Figur des John Wayne sieht sich eigentlich nach meiner Wahrnehmung Amerika bis heute die Vereinigten Staaten. Also nicht nur, dass John Wayne ja bis heute so ein Superbild des amerikanischen Selbstbewusstseins ist, sondern eben auch, ich bin sicher, dass selbst so eine Maus wie George Bush Phantasmen hat, die in solche Rolle gehen. Unter bestimmten Bedingungen, also das können Sie ja bis in die Zeitungen nachlesen, also dieser von dem Robert Kagan, dieser Aufsatz, die Europäer kommen von der Venus, die Amerikaner vom Mars, das sieht man ja alles. Und es ist auch tatsächlich so, dass John Wayne, obwohl, auch wenn wir wissen, dass er ein Mörder ist, ist er uns sympathisch. Er muss übrigens, und das ist auch ein Zeichen, dass der Film wirklich ziemlich intelligent gemacht ist, er muss dafür büßen. Also erstens verliert er die Frau, die geht zu Jimmy Stewart, der kriegt also die Frau, macht seine Karriere. Deswegen? Ja. Weil er den umgebracht hat. Ja, na... Weil er andere Karriere macht und mehr Geld hat. Nee, also in der Geschichte ist es dann so, dass John Wayne verzweifelt ist. Also er, nachdem er das Gefühl hat, dass Jimmy Stewart the winner ist, the winner takes it all, also fängt er an zu saufen und er hat auf seiner kleinen Farm, hat er schon so einen süßen Anbau gemacht, also zwei Zimmer für Halley, für das Mädchen, wenn er sie dann heiraten will. Und in seiner Wut und in seiner Verzweiflung brennt er alles nieder. Der Film beginnt damit, der ganze Film ist eine riesige Rückblende, der Film beginnt damit, dass Jimmy Stewart und seine Frau Halley nach Shimbone, also 30 Jahre später, als alte Leute zurückkommen, um einem alten Freund die letzte Ehre zu geben. Und dieser alte Freund ist John Wayne. Der ist also gestorben und wir sehen ihn zwar nicht mehr, aber wenn der Sarg geöffnet wird, erfahren wir, er hat keine Stiefel mehr, er hat keine Pistole mehr und wir erfahren dann also, dass er, nachdem er Liberty Wains erschossen hat, die Frau verloren hat, so eine Art Bam geworden ist, ein Hobo. Also er ist runtergekommen, hat nur noch gesoffen und ist dann also verkommen. Er musste, das Tolle ist, das wird nicht heroisiert, dass er in gewisser Weise sich geopfert hat, das ist ein Matter of Fact, aber er kriegt nicht nur nichts dafür, sondern, also da fangen auch nicht an, die Geigen zu spielen, aber der Film suggeriert, es gab in der Situation für den Konflikt keine andere Lösung, als um das Gute, um das Recht zu schützen, Unrecht zu machen. Das ist ein interessanter Aspekt, den wir mal festhalten wollen. Kirk, was hast du denn da bisher schon? Ein Raster. Du hast nur ein Raster bisher? So viel wurde schon gesagt, du hast nur ein Raster? Ich finde das ja auch nicht so besonders viel. Cornelius hätte da schon mehr. Ich habe jetzt hier mal, Cornelius hat auch mehr Licht, ein Western-Duell. Und hier links würde ich mal den Blümchensex von Phil verorten. Nein, nicht von mir, sondern... Was heißt... Was heißt da links? Was heißt da links? Also wir haben hier die zwischenmenschlichen Konflikte und hier die Staaten, die sich verhalten. Und wir haben ja bisher vor allem über zwischenmenschliche Konflikte gesprochen. Wobei dieses Western-Drama ja so ein bisschen dazwischen ist. Also es ist ja kein rein zwischenmenschlicher Konflikt, auch kein zwischenstaatlicher Konflikt. Das hat auch was mit dem Gesetz zu tun. Ja, mit dem Gesetz hat es was zu tun. Wo kippt denn das Gesetz bei dir hin? Gesetz und Gewalt. Im Gesetz ist es nämlich so, dass das Gewalt, oder auch die Gewalt, monopolisiert ist. Staat, jetzt kannst du nicht sprechen oder was? Näh. Elfer besser. Du brauchst den Megafon, Mau. Jetzt mal Ruhe. Wenn der Kuchen spricht, haben die Krünen... Das ist der innere Konflikt. Ich würde sagen, der innere Konflikt grundiert hier unten alles. Also einen inneren Konflikt hat man ja fast immer dabei. Corinna, kennst du den Film? Nee. Hast du einen Lieblings... Kennst du Western-Filme? Von einem? Ja, einen. Welchen? Titel jetzt. Spiel mir das Lied vom Tod. Wer hat denn gewonnen? Wenn du fährst... Ich finde, wir sehen uns jetzt mal den nächsten Film-Ausschnitt an. Red River.